hey stopp 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 deine waffe war zu beschaden nicht fair und es gibt den neuen modus und zwar heißt er bei mir playground bei euch bestimmt spielwiese oder so ähnlich und wir wollten heute als sport testen und ich würde sagen lassen uns nicht lange warten und spielwiese leute guck mal wir sind alle warte wir sind gegeneinander warte wir haben keinen warte mal hä ne warte nein da steht kein namen über den korb wie viel metz man kriegt oh mein gott wie viel hast du bekommen ich hab ein busch abgehauen 150 holz aber doch kein lass uns den pipi treffen okay wir sind doch ein team ja ja ich sag's auch nur so alle leute eine markierung gott die markierung hey wie geil dies hier ach ja und es gibt ne neue waffe ne double pistol es gibt jetzt die markierung ist jetzt mega nice jetzt weiß ich endlich welches haus ihr meint warte mal guck wie viel ein baum gibt ja ich bin gespannt 300 ich hab sogar von dach ich hab von so einer dachplatte sogar ich bin mich so empfohlen mit so viel heils und ich finde nur person gleich mal irgendwas bauen wir können ja gleich mal mit der spitze testen also ist das wirklich nur bei einigen gehen wir können das jetzt endlich zu bauen was wollen wir machen leute wir sind hey lass mal alles zu bauen was geht ich hab jetzt schon tausend holz wow mach das mal kaputt ne es ist halt egal was du abbaust und du kriegst voll viel ne kann ich euch jetzt abschießen oder wo seid ihr überhaupt ja kann man hey what do you mean warum machst du nen headshot bist du dong ich hab keinen headshot gemacht das war ne burst hey ich hatte 100 rüstungen ja das war ne burst zwei hits was soll der mist was soll das provokiert mich hi ich warte zu bauen was ist wenn ich beide töte au hallo kann mal einer sterben kann mal einer von euch sterben ich werde ich respawne echt jetzt ja in fünf sekunden respawne ich dann mit meinen sachen sterben junger sterben oh gott ich fliege wieder ich bin wieder oben echt jetzt warte warte mal fliege auf meine rakete ok ich hab noch eine rakete ich bin ganz oben oben ok ok bist du bereit auf meine rakete zu fliegen ja du musst mich treffen ich fliege einfach nur noch nach unten ja oh my god ja oh my god nicht du kommst immer da raus wo du gestorben bist hey stop 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 du machst du Raum doch nicht weg No way! Der Fuffu hat das hier. Mit dem Puls weggeschossen und dann noscope gegeben. What do you mean? Ich hab Fuffu Zerstattern, er hat nicht genoscoped. Mit dem Puls schieße ich mich weg von ihm und noscope ihn damit zu nur turnon. Oh my god Fuffu, du warst gerade einfach mal exekutiert. Wollen wir unsere eigene Kampffläche machen auf Loot Lake? Ich hab keine Waffe. Ich hab auch keine Waffe. Ich hab auch nur ne graue MP. Warte, wo ist dann meine Pistole? Hast du mich gemerkt? Nee, doch, dass du da Waffen hast. Lass mal Loot Lake zubauen und dann kämpfen wir auf Loot Lake immer drauf, okay? Ja. Sollten wir eigentlich schaffen, ne? Dauert so kurz. Joa. Aber das geht. 20 Minuten später. Aber wir müssten auch gegeneinander irgendwas machen. Ich brauch Holz. Ja, man könnte richtig geile Sachen bauen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was wir noch machen sollen. Der Kommentar mit den meisten Likes, das werden wir als nächstes machen. Also schreibt einfach mal in die Kommentare. Wir können jetzt alles machen, Alter. Wir können sogar verstecken spielen. Geil. Auf der ganzen Welt. 60 Minuten vereint. Auf der ganzen Map wäre richtig heftig. Kannst du aufhören zu Noskopen? Ui. Ich will mal kurz in die Mitte gucken, wie es aussieht. Lai. Mach das mal fertig vorbei. Ich will mal ein bisschen verlangsamen. Danke. Was, man ist jetzt nicht auch ein neues Haus enttätet? Ich geh mal zu Täter kurz. Ja. Warte. Wieso? Komm noch mit? Wie kommt der? Jungen, wie das aussieht, Alter. Jungen, wie das aussieht, Alter. Was wir da gebaut haben schon. Ohohohoho. What is this? Wann der Pyramide schon? Wann der Pyramide schon? Das schaut halt echt aus wie eine Pyramide. Hallo. Oh, da ist das neue Haus. Wo ist das neue Haus? Wow. What the heck? Hm. Wir haben nur noch 25 Minuten. Wollen wir das fertig legen da hinten? Jaja, wir wollen das jetzt fertig. Wir haben jetzt ganz kurz nochmal geguckt. Das war kurz unsere Pause. Denkpause. Oh, ich hab gehofft, ich find's nochmal. Junge, ich find's nur graue Waffen eigentlich. Ja. So, lass uns jetzt zu Ende bauen, okay? Wow, danke. War ja klar. Doppelhütte. Au. Maxi. Du musst nicht mit der Sniper schießen. Das war keine Absicht. Und da kriegt man ja nen Trip, wenn man von der Seite rauf schaut und zurennt. Ja, sag ich ja. Holy shit. Das ist ja richtig der Trip. Komm, hit den Trickshot da drin. Okay. Hast du noch ne Sniper Maxi? Der sagt EG nur. Au. Leaf! Okay. 올 zum hoch ich mag irgendwie wissen, wie das richtig aussieht zum wir erst gleich mal von außen an Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Ups. Ich hab keinen Empfehl mehr. Ja. Brauchst du Damage machen? Nein, die wolltest du befestigen. Max, den kannst du vorn gehen, ey. No, no! Ich mach nix, ich tu niemandem was. Du musst alles editieren, wo man drauf ist, sonst ist man nicht sicher. Ich mach mein eigenes Ding hier. Äh. Tolles eigene Ding. Ich rass dich, Alter. Hast du jetzt gemacht? Oh mein Gott, Zufu. Hey, ich bin so gestorben. Ich bin so richtig dabei. Ich schieb's am Fufu. Fufu! Mann! Wuuuh! Alter, wie schon oben aussieht! Oh, wie das aussieht! Es sind voll die Bäume. Ich geh die Bäume weg. What the heck? Schaut richtig gut aus. Vor allem diese Panel da, diese Bounce Pad schon halt echt nice. Wenn man davon unendlich hätte, die ganze Pyramide damit bestücken. Auch so, dass man halt Augenkrebs bekommt irgendwann. Wir gern so Fufu da schubsen, ne? Wir gern so Fufu da schubsen, ne? Oh oh. Man bekommt halt echt... Augenkrebs. Oh Gott, ich hab ja keine Metz. Sauge ich doch an. Ne, wir haben ja... Ich will bis Tag. Super 9. Kann... Töten, wechseln. Töten, wechseln. WTF? Ich mach... Wir sehen nicht einmal an, ne? Ja, aber das ist ein Jagdgewehr. Das war ne Dead Eagle. Ist auch nicht besser. Das war ein No-Stop mit der Jagdgewehr. Ey, Trimma! Was war ein No-Stop? Hallo? Bro, du bist der One-Shot-S. No! No! Wo bist du? Ey, stop building! Leben auf! Leben auf! Ich hab mich einen Schuss getroffen. Ich schieß nur, wenn ich in der Luft bin. Was ist hier? Wie viele hast du davon, Mexi? No! Ich hatte 17 Stück oder so. Leave me alone. Mach doch gar nicht. Wait. Wihihi. Hast nicht geklappt, Hupu. Oha. Nein nein nein! Dein Gestalt ist fein, waren die überall! Natürlich sind die überall! I can explain? Zwei Kugeln nur noch? Go move here! Go move here. Nein, das funktioniert nicht. Ich hab keine Waffen! Leave me alone! I'm dead! I'm so dead! I'm dead! I'm dead! Come down to me, my friend! Come down! Komm rein, Posey! Bist du? Oh, warte! Wie komm ich denn da rein? Warte, warte, warte! Nooo! Jump in! Wie ist das? So! Oh my god! Yeah, 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 yeah! Woow! F, M, I... Woow! Wie ist das? I need some weapons. What do I need? Man, what do you mean? What do you mean? What the fuck, man? Man, stop it! Ah, no! Ah! Come over here, man! Ah! I'm stuck! I have no weapons! No! Yeah, yeah! Yeah, 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 yeah! Nooo! Man! What do you mean? Mach ihn doch! Ich komme doch nicht rüber zu dir! No! 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 Oh! Oh! Ja! Ah! Boah! Hey, ich habe nochmal die neue Waffe gefunden! Nie. Ich hatte der ganze Zeit keine Waffe! Ha ha. No! No! Noch vier Sekunden! Pauline! icleg limpf password! Die Zone! No way. What? Wait what? ist die zone es gibt keinen zweiten kreis du wirst mich nie mal entzwingen die neue pistole ich bin gone ich wusste dass du bist da unten aber ich wusste nicht wo du hast nur 2 hp warum hast du so wenig hp bist runtergefallen ja oh calculated also irgendwie schießen gerade zwei auf mich ich land mal lieber auf den fallen wie viel leben hast du ein hp nein ich hab den skar gefunden ohne munition stop 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 das war meine ja leave me alone leave me alone ich kann ihn nicht hochbauen da ist irgendwas über mir wo es n Maxi da ist oben Was ist das? Maxi! Björn, ich hab nur einen HP. Oh, kann man duel? Warte mal. Warte mal, wenn die Zone jetzt kommt. Ich will nicht schon wieder durch die Zone sterben. Das kann ich zu gut. Nein, nein. No, no, no. Ich sterbe, ich sterbe. Oh Gott, die Zone. No, no, no. Oh, ich bin... Ich bin sieger. Ich hab gewonnen. Ich hab auch gewonnen. Obwohl ich durch die Zone gestorben bin. Ich war hier der Gewinner. Achso, während die Zone kommt, dass einmal alle sterben müssen, oder wie? Okay, Leute, das war es jetzt mal mit dem Video. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir noch machen sollen. Ich werde, glaube ich, im nächsten Video mal diese Person etwas genauer unter die Lupe nehmen, wie gut die wirklich ist, weil ich glaube, die ist ein bisschen OP. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da ist es unglaublich viel in der Out und ein paar Sekunden. Ich werde vielleicht heute Abend auf Twitch nochmal streamen. Schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und Leute, wenn ihr jetzt nochmal vor uns das sehen wollt, dann kriegt ihr einfach rechts auf das Bild drauf, da kommt ihr zum letzten Video. Und links könnt ihr mich abonnieren, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, das war es mit dem Video bis zum nächsten Mal. Ciao!